Jetzt geht es um Munition. Ich hatte ja selber schon die Möglichkeit die Sarko Powerhead Blade im Einsatz zu testen. Ja, tatsächlich. Ja, wirklich. Ich habe da wirklich einen dicken Keiler geschossen. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Und was mich überzeugt hat, war die enorme Stoppwirkung auch auf etwas weitere Distanz. Was macht dieses Geschoss aus, Herr Sonntag? Da müssen wir wirklich sagen, Herr Haag, das ist etwas, was uns wirklich total freut, dass die Powerhead Blade diese Akzeptanz und vor allen Dingen diese Wirkung und Leistung im Markt erbringt. Man hat sich dran gemacht vor Jahren an die Entwicklung bei der Firma Sarko, das Team von Aki Zubilati, der Direktor der Patronfertigung mit seinen Ingenieuren, weil massiv der Druck kam, auch von mir, von Deutschland. Wir müssen im bleifreien Sektor was Eigenes machen, die Unabhängigkeit von den US-Herstellern erlangen. Und wie Sie gerade sehen, war das wohlweislich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Blade gibt es jetzt seit knapp zwei Jahren. Ist aber vergriffen. Nein, nein, nein. Wir haben tatsächlich den Luxus, dass wir wirklich gut liefern können. Gut, nee, das war nicht der, ich meine, vergriffen meine ich, schönen Grüß an Gerd in Wittenberg, dass die Patrone wirklich gekauft wird. Also es ist eine starke Nachfrage dafür. Sie ist sehr, sehr stark im Markt drin, erfreut sich riesiger Popularität, dank der sehr, sehr guten Präzision, die die Patrone hat mit dem Geschoss und das vor allen Dingen, Herr Haag, aus allen Waffen. Und das ist oftmals bei bleifreiem Problem, dass bei dem einen oder anderen Hersteller im wahrsten Sinne des Wortes es hakt, aber nicht bei der Blade. Die performt wirklich unisono in allen Waffen und das außerordentlich gut. Womit wir wieder beim Stichwort wären, es hakt. Ihr habt jetzt aber nicht die eierlegende Wollmichsau erfunden, oder? Das will ich nicht betiteln, aber wir sind auf einem sehr guten Weg dahin. Okay, also schaut euch die ganze Geschichte mal an. Powerhead Blade hier von der Firma Manfred Alberts wird die vertrieben in Deutschland. Und wenn ihr mehr wissen wollt, einfach nochmal auf die Internetseite der Manfred Alberts GmbH gehen oder auch bei Orpher Hunters, Orpher Shooters unsere Artikel dazu durchlesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.